Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, heute ist ein super Tag für Sassenberg. Erstens kommt der Regen, auf den wir lange gewartet haben und zweitens kommt endlich Glasfaser. Jetzt geht es hier mit dem digitalen Ausbau so richtig los in Sassenberg. Das sind knapp 700 Haushalte, die davon profitieren, 40 Gewerbebetriebe, 3 Schulen und hier werden 440 Kilometer Glasfaser verlegt. Ein riesen Fortschritt für Sassenberg und Füchtorf. Ja, ich freue mich riesig, dass es heute auch in Sassenberg losgeht mit dem Verlegen der Glasfaserversorgung primär in den Außenbereichen mit entsprechenden Fördermitteln des Bundes und des Landes. Und besonders freut es mich jetzt auch, dass die deutsche Glasfaser parallel die Innenstadtbereiche sowohl in Sassenberg als auch in Füchtorf im Rahmen einer eigenwirtschaftlichen Ausbaumaßnahme an den Markt bringen wird.